OSEA Marketing, Office & Go. Ich habe gerade festgestellt und auch im Dialog hier im Austausch das nochmal bestätigt bekommen, dass mehrfach Notifikationsstörungen stattfinden. Ich vermute, dass momentan ein Update läuft bei Google Plus und bin also mal gespannt, in welche Richtung es geht. Entweder ist es ein Algo-Change oder eine strukturelle Veränderung. Ich werde euch weiter auf dem Laufenden halten und bin auf weiteres Feedback von euch gespannt, was ihr so erlebt habt. Ich habe zum Beispiel, wenn ich hier in den Kreisen Mitteilungen bekommen habe, auch mitgeteilt bekommen, dass ich selbst irgendwo notiert habe. Ich würde mir wünschen, wenn zum Beispiel die Notifikationen, die ich selbst an meinen eigenen Geschäftskonten oder sonst wo vornehme, dass die dann nicht immer unbedingt mitgeteilt werden. Aber ich bin mal gespannt. Es scheint sich da wieder etwas zu zeigen. Einen schönen Abend mit dieser Sondermeldung, sagt OSEA Marketing und Office & Go. Und bitte, vielleicht könnt ihr ja weitere Informationen auf meinem Hauptkonto Hans-Joachim Rosea entsprechend mit einem Kommentar versehen und bin also gespannt auf euer Feedback. Vielen Dank, sagt Office & Go. Gute Nacht.